so schließe deine augen und konzentriere dich ganz auf dich selbst spüre deine innere ruhe deine kraft und atme das licht der liebe ein versuche sich versuche dich zu zentrieren und so dich gut vorzubereiten für die botschaft die wir gleich erhalten werden du erhältst jetzt eine botschaft vom sirius mit dem segen des lichtes vom sirius begrüße ich dich voller liebe mein name ist leroni und ich bin eine der sieben kosmischen schwestern etwas großes geschieht gerade und wir die kosmischen schwestern sind schon voller freude auf dieses event denn das tor der plejaden öffnet sich und mit ihm wird eine große parade von planeten zu sehen sein die schon lange nicht mehr so zusammengekommen waren ein wahrlich großes ereignis erwartet dich wir sind sehr aufgeregt denn diese hoch energetische konstellation hat sich seit sehr vielen jahren nicht mehr ereignet und wir möchten über die planeten energie unsere liebe und kraft mit euch teilen diese kosmische ausrichtung wird positive veränderungen für die gesamte menschheit ermöglichen und wir möchten dich ermutigen an den feierlichkeiten teilzunehmen und mit uns zu dieser vor öffnung zu gehen so begibt dich nun an einem platz an welchem du ungestört sein kannst vielleicht kannst du es so einrichten dass du dich zum universum in östlicher richtung ausrichtet wenn dies nicht möglich ist mach dir keine sorgen die energie wird ich trotzdem erreichen ganz egal wo du bist lass nun deine gedanken die kleinen weißen wolken am himmel vorüber ziehen und genieße die stille des moments vielleicht spürst du eine leichte prise um dich herum oder auf deiner haut das ist die energie der sieben kosmischen schwestern welche sich dir jetzt nähern gib dich diesem gefühl hin und lass es einfach mal durch deinen ganzen körper fließen höre auf die friedliche stille um dich herum und atme tief ein und aus wir die schwestern bringen dich jetzt in einen höheren bewusstseins zustand und du spürst vielleicht ein leichtes krippeln in deinem körper oder ein gefühl der leichtigkeit lass es ruhig geschehen und vertraue denn es geschieht alles zu deinem allerhöchsten wohle so führen wir dich mit deiner erlaubnis zu dem großen tor zu der tor öffnung der plejade deine seele spürt wie zeit und raum miteinander verschmelzen und so beginnt dein körper schwerelos zu werden deine flügel beginnen sich zu entfalten und tragen dich nun in das zentrum der tor öffnung hinein die energie der sieben planeten umgibt dich und ein strahl der liebe fließt jetzt in dein kronen er öffnet die verbindung zu den höheren reichen und dimensionen für dich und du empfängst jetzt unsere direkte übertragung von energie und liebe wir sind hier um dich auf deinem weg zu unterstützen und dir zu helfen dich zurück zu erinnern und so erlaube dir dich so tief wie möglich fallen zu lassen denn für jeden einzelnen von euch geschieht etwas großartiges und es ist mit menschlichen worten kaum zu beschreiben deswegen bitten wir dich jetzt einfach nur zu genießen und nur zu sein und so und so Ich, Leroni, und die anderen Schwestern übergeben dir jetzt ein Geschenk. Dieses Geschenk ist energetisch genau auf dich abgepasst. Nimm es nun entgegen und fühle, was es ist. Es trägt die Energie der Liebe und der neuen Erde, der neuen Zeit. Es ist dein Werkzeug, dein ganz persönliches Werkzeug. Und es wird dich durch die aktuelle Zeit führen, unterstützen und schützen. Dein Erwachen wird noch mehr, noch viel mehr für dich fühlbar sein als bisher. Wir, die kosmischen Schwestern, senden dir unsere Liebe. Erinnert euch daran, wer ihr seid und woher ihr kommt. Ihr seid mächtige Schöpferwesen des Lichtes. Und die Zeit ist gekommen, dass ihr euch an eure wahre Identität erinnert und eure Macht jetzt einfordert. Seid euch gewiss, wir lieben euch bedingungslos. Wir sind immer bei euch und werden euch niemals alleine lassen. Und jetzt, wo jeder sein Geschenk erhalten hat, ist es an der Zeit, durch das Tor zurückzugehen. Und sei dir sicher, du wirst dich an alles erinnern. Du wirst alles wissen, was du wissen musst, wenn die Zeit reif ist. Aber heute schon kannst du auf diese Energie deines Werkzeuges und die der Toröffnung zugreifen, wann immer du möchtest. So empfange nun den Segen des Lichtes vom Sirius und sei behütet und beschützt, deine Leroni. So komme nun langsam wieder in das Hier und Jetzt zurück. Bewege Hände und Füße. Öffne deine Augen und sei ganz wieder hier. Es war wunderschön, wunderschön für mich. Ich hoffe, dass es für euch genauso schön war. Leroni hat das so toll gemacht. Sie ist ein wundervolles Wesen. Sie trägt die Sonne in ihrem Herzen. Und das passt so gut zu dieser wunderbaren Planetenkonstellation, die wir jetzt genießen dürfen. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit. Und ich wünsche dir so viel Kraft, dass du wunderbar und leicht durch die Zeit hindurch kommst. Wir sehen uns, wenn du magst, zum nächsten Video. Und wenn dir es gefallen hat, klicke hier auf die Kugel und abonniere mich. Ich danke dir sehr dafür. Bis bald.